hallo und herzlich willkommen zurück auf russianside.de mein name ist jens und heute testen wir von der firma arctic den arctic summer lüfter und den arctic summer plus lüfter beide lüfter sind nicht für den einsatz in pc gedacht sondern am pc oder im garten oder wo auch immer man gerade frisch luft benötigt der arctic summer kommt mit einem fest angeschlossenen 1,20 m langen kabel daher der anschluss ist ein usb typ a stecker und der lüfter kann hochgeklappt werden im 90 grad winkel kann dann einfach auf den tisch gelegt werden und verfügt einen durchmesser von 120 mm der drehzeitbereich von den arctic summer liegt bei 600 umdrehungen pro minute bis hin zu 2800 umdrehungen pro minute und das ganze kann stufenlos eingestellt werden über diesen poti man hört der rastet auch ein am ende so der arctic summer plus der hat einen integrierten akku das heißt er hat kein kabel dran sondern eine usb typ c buchse hat auch ein ladekabel mit dabei und mit dem ladekabel kann man aufladen und dann kann man mehrere stunden diesen lüfter betreiben der drehzahlbereich bei dem arctic summer plus liegt bei 600 umdrehungen bis 3300 umdrehungen und ist ebenfalls stufenlos einstellbar machen wir mal da ist schon eine ganz schöne power dahinter aber kann wie gesagt auch ganz leise und ganz leicht eingestellt werden ja wie die lüfter im test abschneiden das zeigen wir dann auf oscinside.de und wünschen schon jetzt viel spaß dabei tschüss